Raffaella Ozziano war eine Italo-amerikanische Schauspielerin. Leben Raffaella Ozziano arbeitete bereits in Europa als Schauspielerin, bevor sie 1910 in die Vereinigten Staaten emigrierte. Ihr Broadway-Debüt gab sie 1924 als MRS. Lovett in dem Theaterstück Sweeney Todd. Noch im selben Jahr siedelte sie nach Hollywood über, wo sie bis zu ihrem Tod 1942 in über 40 Filmproduktionen zu sehen war. Ozziano spielte sowohl in der Theaterfassung als auch in der Verfilmung des Romanes Menschen im Hotel die Figur der Sousaine. Für das 1989 erschienene Musical wurde die von ihr dargestellte Figur ihr zu Ehren in Raffaella Ozziano umbenannt. Ozziano lebte während ihrer Zeit in New York City nahe dem Times Square. Im Hause ihrer Eltern in East Boston verstarb sie am 18. August 1942 im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Filmografie 1924 The Lou and the Lady 1926 Married 1932 Menschen im Hotel 1933 Der Boss ist eine schöne Frau 1933 Sie tat ihm Unrecht 1934 Mandele 1935 Luxusmädel 1935 Schuld und Sühne 1935 Was geschah gestern 1936 Das Mädel aus Paris 1936 Die Teufelspuppe 1936 Ein rastloses Leben 1937 Im siebenten Himmel 1937 Meinzeit 1940 Der lange Weg nach Kadiff 1941 Topper 2 Das Gespenst erschloss 1937 Das Gespenst address érien Die Teufelspuppe Die Teufelspuppe Die Teufelspuppe Die Teufelspuppe